so halli und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge co-op fox mit shirly und wir wissen genau was wir tun bell bell shirly bell bell es geht in die schokoladenwelt zundai quelle woher kenne ich zunde ich kenne irgendwie sondai aus japanischen bin ich der meinung ja aber diese heiße quellen ist doch eh so ein japanisch es könnte so eine heiße quellen ding sein aber heiße quelle quelle wäre bullshit es sind doch auch so affen die in diesen heißen quellen chillen hier können wir auch irgendwie lassen wir hier an sind wir jetzt mit shoki ich glaube die quelle ist irgendwie ist ein bisschen die shoki quelle ist ein bisschen versiegt ja ich glaube wir müssen hier was machen vermute ich auch aufdrehen ja vielleicht springen können wir ja noch nicht rechts rund irgendwo rum vielleicht weil der hatte nicht auch so zweiter gehen sie kommen ja sahne ja hier kommen wir her hat ja stimmt was aber recht links hatte mal links da orientierung habe ich doch das war natürlich nur ein test um um zu testen ob der stereotyp wahr ist dass frauen keine orientierung haben nichts anderes getan ja ich bin super hilfreich auf jeden fall da hast du herausgefunden dass wir da hergekommen sind hier können wir pfen ja wow boah pancakes mit schokolade boah jetzt habe ich Hunger hier kommt hier raus weg damit jetzt sind die glücklich hoffentlich was passiert mit uns ist es ein marshmallow stopfen gewesen ja ich möchte das haben jetzt geht auch so ein großem marshmallow ne können wir vielleicht mit der shoki den kürbis rechten genau würde ich auch sagen jawohl ich glaube es ist eher so ein marshmallow fluff ding nein das ist alles kürbis marshmallow kürbis ist ein sehr 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 komischer kürbis wie das ein wunderwerfen oder das die schon mal runter schmeißen ok okay wir können auch gleich abgeben wollen Wolltest du nicht noch ein bisschen hier gucken? Naja, aber ich glaube, hier geht es dann weiter, weißt du? Meinst du, wir brauchen den dann dafür? Nee, ich glaube einfach, dass wir einen Knochen da kriegen. Äh, wo ist er denn jetzt hin? Ah, die wirkte da oben irgendwie nicht so groß. Ehrlich gesagt. Ja, komm, du schaffst das. Könntest du mir auch mal helfen? Ja, ich versuch's. Genau, du machst dich lang. Supi. Ich helfe, wo ich kann? Indem du dich lang machst, ne? Indem du schlafen gehst. Ja, ja, ja. So, hier, Kumpel. Hier, Werkzeugkiste. Wacken einfach zu dem hin. Ja, Werkzeugkiste. Ich dachte, jetzt kriegt der Werkzeugkistenkopf. Das wär's. Es ist einfach nur die Lunchbox. Es ist gar keine Werkzeug. Ah. Äh, sehr gut. Das war einfach die Lunchbox. Das ist unser erstes Doktor. Diese Folge. Vollkommen korrekt. Für diese... Ne, genau. Ne, für diesen... Für dieses... Für dieses... Berteilung hier. Da gab's... Gingst du nicht nach dem Kochtopf noch? Nach dem Schokkochtopf noch weiter? Ne, da haben wir das Ding aufgedreht. Das Schokowasser. Ne, wir haben den Schokkochtopf... Die Stöppel unten rausgezogen. Aber ich dachte, da ging's auch noch weiter. Genau, das war da oben dann. Genau. Da gab's nix weiter. Ähm... Ähm... What? Okay, was passiert? Wir haben Stöpsel gezogen. Achso. Aha. Aha. Smart Ben und so. Wenn du mal in die richtigen Sachen reinbeißen würdest, dann könnte man hier auch hochkommen. Ja, ich... Ich... Ich tu die jetzt hier weg. Warte kurz. Die hängen schon. Auf geht's. Okay. Was ist hier? Alter. Vanillepudding mit Schoko und Erdbeer drauf. Ich kühl so kurz. Ich hab's n' Pop drauf. Boah, jetzt... Ich hab ja vorhin gesagt, ich hab keinen Hunger, ne? Aber irgendwie jetzt so... Donats. Ich würde n' Vanillepudding... Boah, ich würde n' Vanillepudding nehmen. Oh! Die muss hier rein. Ja, ja. Hab ich mir auch grad gedacht. Einen da. Schoki schmelzen. Schoki schmelzen. Brauch bloß zwei, oder? Ist schon voll. Brauch bloß zwei. Perfekt. Und erst jetzt kommt das Wasser raus. Voll logisch. Nee. Gleiches Wasser. Ich muss auch noch mehr Schoki reinschmeißen, weil Schoki schmelzen geil ist. Ja. Wie isst du eigentlich deine Schokolade am liebsten? Zartbitter oder weiß. Ich meinte gar nicht die Sorte, sondern mehr so in Temperatur. Oh, heiß. Äh. Ich mag's zum Beispiel Kühlschrank kalt. Ja, das ist schon ganz schön geil. Ich wollte doch die Schoki schmelzen. Die haben wir daneben geworfen. Müssen wir auch noch schmelzen. So. Oh. Jetzt haben wir alles geschmolzen, was geht. Jetzt müssen wir hier dran und ich muss jetzt irgendwas vollkotzen. Ja, da musst du auch füllen. Und wir dann darüber rüpfen schwimmen können. Weil meine Freundin ist so jemand... Hast du kaltet? Mhm. Oh, das geht wieder weg. Ah ja, ich seh schon. Müssen wir dann schnell rüber, wa? Wenn du es einmal voll gemacht hast, würde ich sagen, dann muss ich loslassen und dann schnell rüber. Ja. Rüber, rüber, rüber. Meine Freundin mag zum Beispiel Schoki eher so geschmolzen oder fast geschmolzen, so. So 30 Grad gefühlt. Ja, ist auch geil. Auch, das sieht richtig kompliziert hier aus. Das sieht aus, als ob wir an der Seite vorbei. Oder? An den müssen wir uns wieder hochknabbern. Ich bin ein Vollidiot. Ich weiß mir mal ins Kuchenstuhl rein. Wir müssen doch hier wieder in die Knubbel beißen. Ja. So, ich kann nicht hochziehen. Sehr gut. Knubbel beißen. Oh. Ich hab dich gerettet. Sehr gut. Rettabrennen. Du bist mein Held. Hey. Jetzt. Geht's da hinten? Was ist hier hinten? Offensichtlich. Geht's hier nicht lang. Da geht's in Schoki-Brei rein oder dieses Schokoladeneis. Das ist kaputt, oder? Nein, glaube ich nicht. Ah, da ist eine Blume drin. Einer muss die Blume holen. Eichel, würde ich ja tun, aber... Also, das dreht's immer wieder, oder wat? Ah. Da wackelt. Das hab ich nicht gerafft. Holst du sie jetzt, oder ich? Geht's mal. Okay, ich geh. Was du mal los? Ich geh, ich geh, ich geh. Ich hab sie. Sehr gut. Ich hab die Goldene Eiche. Die Heilige Eiche ist in unserem Besitz. Was heißt damit? Dann... Auf links. Also, offensichtlich... Ich fand... Offensichtlich... Das linke fand ich so offensichtlich. Ich fand hier rechts rum... Was... Ja, ha! Oh, sehr gut. Sehr gut. Ich sag doch, ich hab die Raketentiernase. Ja, ja. Du hast die Raket... Ich bin die... Ich bin die... Die Knochennaas und du die Raketentiernase. Sehr gut. Ich würde jetzt bellen, aber dann verliegt die Goldene Eichel und dann weiß ich nicht, was passiert. Ich helfe uns beide. Moment, muss ich die hier reinschmeißen? Und rechts? Und da wollen wir nicht nochmal gucken? Doch, doch, aber ich... Ich wollte vielleicht die Eichel kurz reinschmeißen, dachte ich, aber wir gucken erst mal. Ne, lass mal im Mund. Du willst nur, dass ich eine Eichel möglichst lange im Mund hab, ja, ja. Ah, hier können wir bloß nochmal gucken. Sahnerolle. Ja, lecker, lecker. Und ein Gemälde. Ich glaube, das ist irgendwie ein Sammelobjekt, diese Gemälde-Dinger. Okay. Um den Maler zu finden, ist glaube ich, irgendein Sammelding. Denn, I can leave now. If you leave now. Wir haben nur einen einzigen Knochen gefunden in dem Level von vier. Ja, das ist alles so schlimm. Außer das Level geht es noch weiter. Kann ja auch sein. Aber das ging ja schon relativ lang, oder? Nee, eigentlich nicht. Stimmt, wir haben ja vorhin erst das Level angefangen. Ja, da müssen wir jetzt noch ein paar Knochen finden. Ja. Oh. Aber so ein... Warst du gerade gähnt? Nein. Du spinnst mal? Niemals. Ich bin vielleicht ein bisschen müh. Ich hab's im Lau gefühlt. Ich hab nicht gut geschlafen, ja. Es tut mir leid. Aber die fressen wieder den Quatsch, ne? Wenn wir das hier gießen wollen. Ja. Warte. Die können wir das Problem lösen. Aber die fressen den halt. Guck mir irgendwas drehen? Ich seh' nicht, dass ich drehe. Oh. Ah, da geht's weg. Jetzt fressen sie's halt direkt. Ah, und die Netze? Ja, weil sie schwimmen. Ja, dann können wir hier drüben. Ja, dann können wir... Können wir dann... Lass mal los. Dann können wir hier drüben den nehmen, der hier rechts ist. So, reicht doch schon, oder? Aber wofür? Na, die können nicht schwimmen. Es ging wieder darum, die zu trennen, die zu trennen, wenn man weiter will. Achso, ich dachte, das ist auf der rechten Seite brauchen wir. Nee, glaub ich nicht. 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 Ja, ich würde ja gerne, aber wir sind zu fett. Ja. So, wo kommen wir jetzt hin? Oh. Wir holen es den Knochen. Ja, 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 Knochen. Knochen. Perfekt. Haben wir 24. Boom. Wir sind voll die geilen Bitches. Äh, ich mein... Und, äh, Bitches, ja? Bitches sind doch eigentlich Hunde. Ja, ich weiß. Von daher, äh, passere. Hallo. Hallo. Der hat ein Gummi-Tier auf dem Kopf. Okay, warte mal. Einer muss jetzt hier drüben. Äh, ich habe Dinge getan. Es wurden Entscheidungen getroffen. Ey, da bin ich wieder. Hallo. Hat ich nicht mehr irgendwo fest. War niemals weg. Oh Gott. Ich dachte, du hältst dich dann fest. Okay, das zählt. Alles safe. Haben wir so gut. War beabsichtigt. Nix. Oh, nee. Oh, nee. Hast du irgendwie halt Panik mit Rundenfallen, war? Ja, 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 ja. Warum denn? Die sind voll am chillen hier. Ja, die liegen in der Quelle. Ja. Ah, das geht dann wieder weg, ne? Wenn wir jetzt wieder hier aufhören zu drehen, war. Müssen wir schnell sein. Nimm mal das Wasser dort, das Wasserloch dort in die Mund. Ins Muld. Genau das. Jetzt müsste das Wasser weggehen. Und dann laufen die. Die wollen die futtern. Und? Und jetzt will ich das hier wegmachen. Warte mal noch. Warte mal noch. Ich muss gucken, was du hier irgendwo gießen willst. So. Geht dann mal rüber. Ah, du meinst, wir brauchen die zum Wegfressen. Ja, genau. Aber wir müssen auch da rüber, oder? Das ist richtig. Dafür brauchen wir aber bloß das hier. Ja, das ist korrekt. Warte, nee. In die Richtung. Geh schon mal hin. Ich bin schon mal da. Arme dich. Alles safe. Ich hab dich doch. Geh mal weg, ey kleinen Fressiker. Nicht wofür wir die brauchen. Wo brauchen wir denn das? Wollen wir jetzt die Melone wieder aufbauen? Ach nee, hier. Ah, Eichel. Die heilige Eichel, sie sehr geehrt werden. Oh, die fressen uns die weg. Wir brauchen die Melone wieder. Damit sie eine Melone füllen, oder? Die müssen erst mal auf die Seite hier drüben. Ich hab das einfach gegessen. Können wir... Können wir die hier... Moment. Hier kann man doch wieder so ein... So eine Melone machen? So ein Knubbel machen. Ja, aber ich lass erst mal... Lass erst mal die Melone machen. Dann haben die sie bestätigt. Kann ich die hier runterwerfen? Das wär am einfachsten, oder? Wie das geht? Ja, sehr gut. So, Problem gelöst. Problem gelöst. Wir haben sie einfach getötet. Sehr gut. Tja. Oh no. Was machst du wieder? Ich weiß nicht. Hilf mir. Ich hab's versucht. Okay, weiß gut. Hat funktioniert, irgendwie... Halt es einfach, weil wir die goldene Eichel festen lassen. Stimmt, es war gar nicht die goldene Melone, die goldene Eichel. Oh Gott. Ja. Das hat man davon, wenn Dinge einem durch den Kopf gehen, dann kann man nicht schlafen und dann passieren. Was ist das für ein Warnschild? Das ist auf jeden Fall richtig abgefuckt, wusste nicht. Warum hat denn der Limetten als Augen? Ich finde, der sieht aus wie so bei Splinter Cell. Kennst du noch so viel Splinter Cell? Ja. Ui. Marshmallow stoppen. Ich hab jetzt so richtig Bock auf Marshmallow. Ich bin kein Marshmallow-Fan, ehrlich gesagt. Viele Leute finden die ja so richtig geil geschmolzen. Ich finde die leider gar nicht geil. Was soll ich hier machen? Rein stoppen. Oh. Oder auch nicht stoppen. Oh, wir haben es gestoppt. Sehr gut. Bringt uns das? Dass wir da drauf kommen, oder? Und dann kannst du ja da oben festhalten. Der andere macht es unten raus. Mach dich lang. Warte. Komm schon, du, du kleines Stück. Du, mach dich lang. Und zieh kräftig. Jawohl. Wir sind oben. Easy going. First try. Was gibt's hier noch so? Gibt's hier einen second try in dem Spiel? Ich weiß nicht. Was ist das hier? Eine Schokosprudelbrücke. Los, rauf da. Ui. Oh, wir müssen durch die Schokosprudel mitnehmen. Welchen nehmen wir jetzt? Den. Der, der näher dran ist. So. Dass wir das warnen. Was passiert hier? Was passiert hier? Kommt man nicht hoch. Was auch rummelden? Wir müssen das hier bestimmt holen. Aber die kann man glaube ich nicht schieben, das Ding. Wir müssen nämlich die Fressfläche da wieder hinbringen. Wir brauchen scheinbar einen Marshmallow. Dann müssen wir auch einen Marshmallow holen. Ich bin ja hochgekommen. So. So, hier unten war doch irgendwo ein Marshmallow. Ja, hier oben ist eins. Hier oben ist eins. Komm mal. Bin da. Hab einen. Okay. Haben wir jetzt beide einen? Also ich hab einen. Bei mir hab ich nur einen. Aber ist egal. Bei mir nur einen. Das ist nicht schlimm. Hauptsache wir haben einen und das funktioniert. Jetzt komm mal deinen einen. Plopp. Ich glaub wir haben den gleichen gehabt. Wahrscheinlich. So. Was bringt uns das jetzt? Äh, also wir da hinten erstmal einen, genau, haben. Okay. Fies versteckten Knochen. Knochen-Nase-Durm. Weiter. Sonst geht es nicht weiter. Ups. Oh. Ah, so kommen wir hoch. Ah, okay. Das hab ich nicht gemacht vorhin. So, ich kann mich hier festhalten. Warum? Da hab ich nach rechts was irgendwas machen müssen, oder? Was, was umdrehen. Einen gehen sie woanders hin. Dann machst du wahrscheinlich gleich bloop, ja? Und die fliegen durch die Gegend. Okay. Damit sind sie nämlich draußen. Einer zumindest. Und... Klinge passieren. Soll ich loslassen? Ja. Okay. Ui, hallo. So, jetzt können wir, glaub ich, hier weiterlaufen, oder? Können wir hier hin? Nee, wir brauchen doch dort drüben was, oder? Nee. Nee. Der hat doch jetzt hier weitergeflucht. Nee, aber was? Nee. Einfach weiterlaufen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob wir hier alles gefunden haben, aber theoretisch können wir einfach weiterlaufen. Oh, Moment. Ich muss es hier hinterher. Ja. Okay. What? Let's do it! Alter, das sind hier wirklich die heißen Schokoquellen. Oh, ich hab so Lust auf eine heiße Schokolade, wird mein Arsch mal lust. Moment, hast du nicht vorhin noch gesagt, wie du schwitzt und das eine heiße, ne, heißes Essen? Komm, hier, Eisschokolade. Können wir dem... Jetzt erst mal. Zieh! Hier. Kann's haben. Also müssen wir das hier reinstecken? Warte mal, wir müssen das hier in unsere andere reinstecken. Ähm. Hilft das? Keine Ahnung. Oder müssen wir in beide eine goldene Eiche da reinstecken? Er hat doch hier irgendwo noch eine andere Eiche. Da oben. Ja, hier oben. Damit es denen rauspufstet. Oder wir haben drei Stellen sogar mit Eiche. Eigentlich. Stimmt. Würde ich ja mal sagen. Ich halte mich mal hier. Schnups. Du musst die Eichen neu wachsen, das würde ich sagen, oder? Also meine Idee. Ne, die, die oben ist, wo wir gerade die eine hergeholt haben. Achso, warum? Dachte ich. Genau. Aber da kommst du nicht hin. Aber doch, doch, ich schaff das. Sieht nicht so aus, als würde das eine Reichweite sein. Ich schaff das. Von unten kommst du, glaube ich, nicht ran. Ne. Ich schaff das. Du musst doch irgendeinen anderen Weg gehen. Wenn ich hier mache und... Ja, wir nehmen einfach den hier oben. Ne, warte. Wenn ich nehmen auch den hier, wie wär's? Das wär zu einfach. Wir möchten es nicht so kompliziert machen. Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Steck ihn rein. Jawohl. So, und jetzt? Hattet ihr hoffen, dass es irgendwas bringt? Was ist hier? Aha. Kannst du hier noch... Ach, du kannst den Druck vielleicht auftreten? Ja. Ich muss in die andere Richtung. Lass mal los. Machst du jetzt Proof? Jawohl. Haben wir doch schon direkt schon mitgedacht hier. Und da ist er raus. Team Rocket. Ja, der kommt doch wieder. Im Gegensatz zu Team Rocket. Kennst du das nicht von Team Rocket? Ja, das haben wir wieder. Tschüss, steht auf. Genau. Ja, genau. Oh mein Gott. Ich hab's mal vergessen. Ich hab's mal wieder aufhören. Bling. Ja. Aber ich war nicht schnell genug. Ich hab dran gedacht, aber ich war nicht schnell genug. Dann war er schon wieder runterfallen. Mein Gehirn ist ein bisschen lang. Wir müssen schnell über den Puppelsöl. Was passiert, wenn ich denn das rausnehme? Oh, jetzt mehr. Ja. Ui. Vielleicht leid. Warte, ich geh da irgendwo hin. Keine Ahnung. Wollen wir hier Melonen essen? Bitte. Hallo. Ich hab auf jeden Fall keinen Melonen-Kopf mehr. Also ich geb mir jetzt noch was. Geh bei uns nen Gnong. Ja, geh doch. Au. Äh, Bell Bell. Wir haben alle Kaffen gefunden. Perfekt. Das Mai heißt, dass wir alle haben. Okay, und jetzt? Lass mal sehen. Keine Ahnung. Wir müssen einen Ausgang geben. Ich hab uns gerettet. Hört uns fest. Ach, die eine Eiche hätten wir auch rausnehmen können. Da wären wir da hochgesprudelt worden. Ja, aber dann haben wir die dritte Stelle noch nicht gefunden, wo hochgesprudelt hätten werden können. Und Dingens und Bombsen. Tada. Gut. Da war auch noch was. Aber wir haben doch alles in diesem Level gefunden, oder? Ja. Aber das Level war auf jeden Fall kürzer. Ja. Ja. Aber wir haben alles gefunden. Ja. Weg für den Schokoquellen, ey. Da krieg ich Hunger. Dann müssen wir jetzt nach hinten. Könnte vielleicht auch daran liegen. Ich hab heute wieder Sport gemacht. Ich war nämlich Skaten. Deswegen bin ich dann abends immer ein bisschen schneller müde. Ja, Sport. Sport, Sport. Sport. Karamell. Karamell. Oh, das ist mein Level. Bis jetzt schon. Karamell. Das wird rein. Noch ist es gar nicht so. Aber hier, diese Sahnerrollen sind auch ganz geil. Ja, aber nur selbst gemacht. Ich finde tatsächlich, die du so tiefgekühlt kaufen kannst, ist nicht so lecker. Ich hab die früher gerne gegessen, aber ich mag die Kirschtadrin tatsächlich nicht. Ups. Ich lass mal los und hoffe, dass wir sie nicht brauchen. Ey! Ja, oder so. Du bist in Wien dessen geflogen. Das war irgendwie zu hoch, oder? Ich glaub. Da muss man eigentlich hier hinfliegen. Hui! Okay, und jetzt gibt's hier auf jeden Fall Eis. Ich seh hier noch nicht so viel Karamell. Ja, aber ich kann ja Sachen zupopsen. Oder nicht? Ja. Dann brauchen wir wieder... Ja. Da ist wieder... Hier hinten. Ja, goldenen Bummelns und so, ne? Ja. Jetzt bumse da drin. Und jetzt ist anders. Ach, jetzt läuft das... Wir können damit das Rad steuern, wie sie rum das dreht und wie ihr das hoch und runter geht. Ah, I see. Wenn wir es jetzt wieder zurück tun, dann können wir hier hochfahren. Das heißt aber, ich muss die Eichel holen. Kannst du noch kurz loslassen? Wir können... Wir holen eine zweite. Ich glaub, der läuft ja nicht in beide Richtungen, oder? Dann geht's zumindest... Let's save a look. Ich halte mich mal hier fest. Okay, irgendwie... Doch. Ja. Lass mal los. Wolltest du wieder raus? Ich hab mich ja schon wieder rausgeholt. Ganz entspannt. Ja. Du weißt rein. Halt noch nicht. Ich dachte, du weißt mal zu, Mensch. Oh Gott. Ja, bleib doch mal ruhig. Ich kann nichts dafür, dass das flappte wieder da rein. Ich bin ja nur in der Nähe. Der flappte direkt da rein. Jetzt stecken rein. Ab und drin. Ganz tief. Richtig reingeknallt, hab ich. Männer, ey. Musst du alles erklären. Ja, vor allem, wenn sie mal reinstecken, dann musst du es erklären. Moment, da... Unten ist ein... Da ist ein... Da ist ein Erd... Äh, du kannst schon... Schokofluss. Komm mal da rein. Oh, man kann es essen? Ich treusel essen. Nom, 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 nom. Wollen wir in den Fluss reinspringen? Oder lassen wir das sagen? Ja, natürlich. Okay. Ui! Okay, waren... Waren keine Spinnlevel. Schade. Ich dachte, okay, der... Achso, jetzt brauchen wir noch einer. Ah. No. Wir brauchen noch eine Eiche. Warte mal. Wenn ich mich da oben festhalte, währenddessen du dich hier unten wieder rausholst. Oder andersrum. Wollen wir das mal probieren? Dann müssen wir jetzt nicht extra noch eine holen. Mal probieren. Ich bin mir so leid. Ich bin so unglaublich müde gerade. Hm, toll. Du hast mein Bester. Äh. Musst du ja... Achso, den wolltest du nicht loslassen. Achso. Aber ich glaube, wir müssen die andere verwenden. Ja, wir müssen noch eine holen. Wir müssen noch eine holen. Komm. Oder wir lassen die auch verliegen. Das ist auch noch zu tun. Ja. Und hier wird die hier nehmen? Eigentlich schon. Mitgenommen. Geh du mal da hinter. Dann halte ich da fest. Genau. Und ich puppe jetzt das hier rein. Dann komme ich hoch. Und dann nehme ich die. Und dann haben wir die da hier oben. Perfekt. Ja. So. Easy going. Ich komme nur nicht über die Stufe hier. Absolute Katastrophe. Ja. Absolute Katastrophe. Ja. Ich kann über die Stufe nicht rutschen. Was gibt's hier? Schokolade und Vanilleeis. Und vielleicht ein bisschen Karamell, Krokant und sowas in der Richtung. Da gibt es vielleicht wieder was zum... Achso, wir können das jetzt bestimmt ziehen, damit wir das wieder steuern können oben. Wie der da läuft. Guck. Aha. Und jetzt auch unten. Okay. Wir können den Fahrstuhl also steuern. Das ist noch nicht so smart gesteuert, der Fahrstuhl. Wir müssen von oben runterfallen und dann schnell auf den Fahrstuhl draufhüpfen. Ich glaube, wir müssen... Du musst dahinter. Vielleicht auch so. Genau. Oh, jetzt habe ich es wieder ein Stück zurückgeschoben. Moment. So, reicht's schon. Ah ja. Hm. Sehe ich uns. Wie einträchtig wir hier nach oben fahren. Ohne Streit, ohne Zwisterei. Oh Gott, jetzt gibt es wieder eine Endboss-Aufsage. Ja. Aber wird es nicht sein. Was gibt es hier? Schoko-Suppe gibt es hier. Ich muss... Wir müssen hier irgendwas drehen. Wir müssen hier eine Schokolade klein machen, oder? Ah ja. Zwei davon brauchen wir. Oder auch so. An die Kaffee... Okay, wir machen einfach vier. Könnte es auch Kaffee sein? Das sieht... Ich würde sagen, es ist Schokolade. Aber wir brauchen was zum Umrühren. Äh, wir brauchen irgendwie was zum Knüppeln. Schau mal, da... Irgendein Knüppel. Ich dachte, es ist so recht, da sieht doch ein Knüppel. Das sieht doch knüppelig aus. Let's knüppeln. Ja. Wir prügeln jetzt die Schokolade. Oh, ey. Aber die hat doch gar nichts getan, die Schokolade. Die ist nur lecker. Scheiße, Kabel. Ähm... 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 Kriegen wir das jetzt da rein? Oh. Was? Dann! Wir müssen da noch hier... Anja, so in andere Richtung. Egal, wir sollten nur drehen. Okay, und da passen die Dicke. Wurde der jetzt mit Schokoladenströßen bespritzt? Ich weiß, dass er kann aus, als würden wir ihn mit was anderem beschweißen. Und der jetzt, jetzt macht der sein Karamell. Der macht mehr Karamell, wenn wir ihm Schokolade zuwerfen oder was? Oh, der ist jetzt glücklicher. Ich fühl ihn so. Brauchen wir das? Müssen wir noch mehr davon hier machen? Können wir noch mehr Karamell haben? Ich dachte, wir brauchen das hier erstmal nochmal hier. Zack. Und... Zack. Oder auch nicht. Nee, ich glaube, that's it. Okay. Machen wir halt nur einmal. Ähm... Können wir schwimmen in dem Zeug? Ähm... Let's try, würd ich sagen. Wir können. Okay. Okay, deswegen braucht es mir das, um an die oberen Stellen hier zu kommen. Ah, ja. Was bist denn du? Du bist süß. Guck mal, ich hab das gleiche an wie du. Guck mal, ich bin viel hübscher als die beiden. Ich bin hübscher. Ich bin hübscher. Ich bin blau. Verpiss dich. Ich bin blau. Blau ist viel hübscher. Mobbing. Oh. Jeha. Jeha. Bananen. Aber mit Bananen schneiden. Ähm... Geil. Ah ja. Sehe jetzt, warte. Moment. Wie können wir die denn hoch machen? Müssen die erstmal drunter kriegen, oder? Ja, und dann? I don't know. Ich will die einfach hoch und runter wickeln, so. Ah. Ich hab nach oben gedrückt. Ah, okay. Ich bin einer, das macht die richtig. Warum schneiden wir die Banane mit Schale in Stücke? Das irritiert mich. Ich tue vor allem so genau. Ey! Hoch. Oh na. Hoch. Nee, noch hoch. Oh na. Oh, nochmal hoch. Oh na. Oh na, genau. Oh na, genau. Dass da Schale an der Banane ist, irritiert mich immer noch. Und sogar das Ende. Ja, aber ich bin mit Bananen. Ich bin doch Bananen, ich bin doch mit Schale essen. So. Ja, aber doch nicht mit der... Die Blüte machst du trotzdem ab, oder? Ja, aber es gibt so Koch-Bananen. Koch-Bananen? Und dann gibt's schon zähle, ja klassische Bananen. Ja. Kennst du Koch-Bananen? Doch, aber ich hab Koch-Bananen verstanden. Ey, das ist mir klar, dass du das wieder verstehst. Deswegen wollte ich mal nachfragen. Was ist hier unten? Stimmt. Sie mal hast du das Raketentierchen gefunden. Ich bin die Raketen-Melly. Äh, die Raketen-Shirley. Und nochmal. Und wir fliegen über die halbe Welt. Wir sind die Könige der Welt. Es sieht auf jeden Fall aus wie Karamellsuppe. Mit Bananen und Schokostrausen. Eti. Wo geht's? Hier, hier. Und jetzt kommen noch... Ja, hier kommen Marshmallows noch rein. War doch klar. Ja, die esse ich. Nee, die werfen wir rein, glaube ich, oder? Ich kann die essen. Nee, du kannst nur anschlabbern. Kannst du nur anschlabbern. Und dann noch so ne... So ne Beans-Dinger. Stimmt, die werden groß. Nee, die Beans können wir essen. Nom, nom, nom. Alle essen. Ist... Oder waren das die... Die Streusel vorhin. Könnten die Streusel vorhin gewesen sein. Wird richtig schön fett. Ja, genau. So ne richtig dicke Wurst. Ich will hier noch mehr rein tun. Ich dachte mir, mir passiert vielleicht, was wir mit alle rein tun. Ja, ich dachte eigentlich auch. Oder mit viele rein tun, was er gesagt hat. Ey. Ich bin unfähig. Alter, ich komm mit. Hey, was ist los? Wieso geh ich mit da? Du bist bei mir unter Wasser. Aber du gehst unter. Das ist korrekt. Du bist mir wieder... Nicht mehr unter Wasser. Ja. Verwechselst du manchmal mich und dich? Nee, aber ich hab grad nicht verstanden, warum ich untergegangen bin. Weil du zu fett bist, hast du viel gegessen. So, das haben wir alle an Münder. Wir haben noch Beans vergessen. No, wir haben noch Beans nicht gegessen. Wir müssen noch zwei Beans essen. Und das Marshmallow muss noch ein. Welches Marshmallow von deinem Kopf, oder was? Nicht mehr ist eins. Bei mir ist er keine mehr. Bei mir sind die Älteren. Jetzt ist es bei mir jetzt. Bei mir hast du einfach nur... Wir müssen nur die Luft angebellt. Das ist, glaube ich, nichts. Gut. Let's go. Ja, wir haben es, glaube ich, beim letzten Mal, als du auch so wirklich sehr, sehr, sehr super aufgenommen hast, haben wir das ja auch schon festgestellt. Das ist die Anzeige. Achso, ja. Nicht hundertprozent synchrones, ja. Ja. Gut, wir können ziehen. Analknüppel ziehen. Achso, wir werden jetzt? Schoki dazu drunter tun, zum Grubbeln. Kannst du vielleicht erst die Schoki drunter tun und dann... Ey, mach's mich jetzt platt, du Sau. Du bist wirklich platt, einfach. Ja. Aber die machen wir einfach nur ein Stückchen, oder machen wir das wirklich zu? Ja, du musst sie, die müssen jetzt runterfallen, glaube, oder? Okay, ich dachte, wir wollen die halt noch... Wir wollen die ein bisschen mehr zerbröseln. Auch nicht. Jetzt fall doch runter, du blödes Ding. Äh. Moment. Ich schaff das. Hier. Oh Gott, wie das ist ja übel durch die Gegend. Er hat gereicht. Ah ja. I guess. Ja, hast du aber auch. Ist er jetzt glücklich? Der Regenbogen-LSD-Oktopus? Ah, er hat seine Waffeln freigegeben. Er hat hier mit uns die Erlaubnis erteilt, seine Waffeln zu benutzen. Ja, vor allem, wir haben jetzt einen Waffelschein. Vom Oktopus. So, jetzt wird's aber tricky hier. Moment. Jetzt. Halt dich dich fest. Ja, du. Ja. Ja. Ich darf mal kurz nochmal rumlaufen, weil ich war ein bisschen zu spät da. Ja. Hab's. Wir haben uns gesichert. Und direkt weiter. Ey. Moment, Moment, Moment. Moment. Komm her. Jetzt. Okay. Oh ne, ich häng. Bist du wieder hängen geblieben, ne? Ah, wir müssen nach links noch. Mit links? Wir machen links. Ja, wir machen links. Wir müssen da zum Knochen. Ja. Knochen, Knochen. Hast du? Hast du uns? Ich hab. Ich weiß noch nicht, wie du zurückkommst. Malerweise mal die Lange werden lassen und zurückschnüpfen. Ja, aber das geht irgendwie nicht so schön. Kannst du dich nicht lang werden lassen. Dann wieder loslassen, äh, wieder die Tasse loslassen und schnippst du normalerweise wieder hoch. Okay. Na dann. Lass einfach mal los. Mal gucken mal, was passiert. Ey. Ich will doch da hoch. Jawohl. Hat funktioniert. Das war der erste DM-Level. Oh. Hab's. Glaub ich. Ein bisschen. Oh nein. Ich hab's. Ich hab uns gerettet. Okay, du hängst mit mir so an Dingen dran, dass sich das Rad nicht mehr richtig dreht. Okay. Deswegen irritiert mich das. Jetzt bist du aber am eskalieren. Hier eskaliert grad alles. Ich hab das ziemlich lang gemacht. Okay. Wir müssen mehr Spiel haben. So, Erdbeermann sitzt auf Erdbeer... Keine Ahnung, spring einfach rein. Ja. Rein da. J'ai von die Moe. Yeah. Wuhu. Juhu. Wow. Das war richtig schmeckt ganz leer. Das ist immer im Kuchengelande, glaube ich. Oh, ja. Wie sind jetzt die Stripper? Oh, das ist ja was gesnackt von der Seite, Schweinerei. Ich will auch was. Wir müssen hier alles snacken. Du hast hier das doch gesnackt. Sorry. Ich bin anders. Du hast hier das doch gesnackt. Das war echt doch nicht. Aber da oben kommen wir doch gar nicht ran. Die Sachen, die oben dran hängen. Ja, aber reicht ja. Jetzt sind wir wieder eins. Ja, wir müssen alle snacken. Muss schon bei deinen Worten bleiben. Ich muss dann was wir brauchen. Ich muss noch was trinken. Hui. Heute schlafe ich süßes Baby. Okay, bin wieder da. Okay, hier brennen Dinge. Du wirst doch immer direkt in den Kochtopf rein, ja? Ja. Hat der eigentlich Schoko als Bart und Haare? Oder was ist das? Aus wie so ein Duglo-Riegel. So, was kann man jetzt hier damit gießen? Ach hier, Schinnihoten. Ja. Heizen sie an. So, hab ich. So, sind wir Schinnihoten und wer heizt jetzt? Wie ist da jetzt? Ach, hier rein muss ich? Oh, okay. Ja. Das schaffe ich glaube ich nicht schnell genug mit den Schinnihoten, ich habe. Warte. Ich esse und du machst dich lang. Ja, 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 ja. Ich bin schon lang. Ab. Alles gemacht. Alles gemacht. Ich verbrenne dich noch ein bisschen, ne? Ist es nicht so schlimm, oder? Was passiert jetzt? Uh, jetzt geht es da hoch wieder. Jetzt geht es da zurück. Hier ist du bestimmt noch irgendwo in irgendeiner Ecke. Ja. Jetzt musst du aber kurz umgucken hier. Cookie, guck. Hast du wieder was gegessen? Ich habe es genau gemerkt. Hier wird es richtig weg. Der wird gegrillt, das Marshmallow. Ah, dann müssen wir hier nochmal Schinnihoten benutzen, oder? Marshmallow grillen. Ja, aber bestimmt müssen wir erstmal so einen Stock versuchen. Ach hier. Nehme ich die Marshmallow aus. Ich wollte gerade sagen, die Marshmallow liegen dort im Raum. Ich glaube, ich habe bloß scharfe. Wir können die einfach lassen. Egal. Können wir auch mit hochnehmen und dann oben direkt. Wir können die einfach gut reinhauen, oder nicht? Ich dachte, wir machen das mit dem Chili. Nö. Feuerschili. Oh. Ich hoffe, wir werden wieder raus, wa? Ja. Das ist, glaube ich, nicht genug, kann das sein? Würde ich sagen. Der will mehr. Mehr Grill. Den muss das eine gewisse Zeit drin lassen. Ah. Meiner ist dunkel als deiner, aber nicht dunkel genug. Aber der will es auch nur von einer Seite, glaube ich, angefrusselt haben. Kann ich dir was kürzlich. Das sieht aus, als würde er dort noch irgendwas trocken haben. Ich dachte, das wäre halt so karamellisiert, weil mit so Feuer angebubbelt. Hier passiert nichts. Ey, da wollen wir uns mit den Chili-Schossen machen. Das ist hinten rein. Wenn wir das hinten rein ditschen, in diesem Strudel. Nicht so in den Strudel, der wird so nicht warm. Ja, wird das aus, als wäre der Karamell oder sowas drauf, ne? Ich dachte, das passiert einfach, wenn du... Oh no. Habe ich gerade Fehler gegangen? Okay, wir haben ihm jetzt die Suppe von unten angewärmt, okay? Ja, aber kommen wir da jetzt wieder hin? Ja, wir können auf jeden Fall wieder hinlaufen, würde ich sagen. Dauert halt nur einen Moment. Oh oh. Oder auch nicht. Vielleicht habe ich auch... Ich habe nichts gesagt. Hier passiert ein paar mehr Dinge, als ich vermutet hatte. Hm. Flop. Okay, wir können es theoretisch runter schwimmen, aber ich glaube, wir können auch hier links, wo das vorhin war. Und mich eigentlich... Ach doch, da oben war mal. Hier links, wo das vorhin war, können wir glaube ich wieder lang balancieren. Das ist halt nur relativ aufwendig. Ich will dem diese Scheiß mal auch schnell losmachen. Ne, da müssen wir... Oh, ne, wir dürfen nicht mehr dahin. Ne. Scheiße, sorry. Ah, Schirly. Immer machst du so Mist, ne? Das liegt ja nur an dir. Ich hätte ja überhaupt nichts hier irgendwie verhindern können. Komm mit da auf das Haus, das Erdbeerhaus? Hm, sieht nicht so aus. Also vielleicht sind wir auch falsch gebounced. Aber ich glaube, da ist auch nichts oben drauf. Hm. Sollte hätte das sein können. Ich wollte meinen Fehler von Kranbeck. Ja, ich verstehe eine Motivation, aber das ist einfach nicht wieder gut zu machen. Was ist das hier? Der hat eine Waffe umgekommen. Oh, das ist so eine tschechische Oblade. Oh, die sind so geil. Da habe ich noch, weil ich mit Vanille bei mir rumstehen. Was ist das hier noch? Achso, das ist dann hier raus, oder? Ah, hier ist es noch. Knochen. Eio, Eio. Aber die Hälfte zumindest gefunden von den Knochen. Ich weiß nicht, ob es nicht weitergeht. Komm mit. Du Knochen, du. Ein Knochen fehlt uns auf jeden Fall. Okay, hier müssen wir wieder was gießen. Da müssen wir hier Stöppel raus machen. Ein Stöppel. Aber das ist gar kein Marshmallow-Stöppel. Was ist denn das für ein Betrug? Warum ist das kein Marshmallow-Stöppel? Ich weiß nicht, ob es nicht weitergeht. So, ich weiß nicht, ob es nicht weitergeht. Das sieht ein bisschen aus wie oben. Malteine, die Gläser da hinten. Stimmt. So, mit dem Orangen schon so. Ehrlich gesagt. Scheiße, mich konntest du an mit dem Marshmallow. Ich, ey. Ja, wir werden es, glaube ich, durch mit dem Level. Oder? Oh, no. Ja, das war das Ende von dem Level. Scheiße. Äh. Wäre Vorwürfe? Ja. Und ich glaube, mit diesen Vorwürfen lasse ich jetzt allein bis zur nächsten Aufnahme. Geht auf. Wurst dieses Sachen köcheln wie in der Karamellsuppe.